Du bist nachtaktiv? Dann überwache doch Tonys Schlaf. Du drückst im Studio leicht 50 Kilo? Dann hilf doch mal Hubert aus dem Bett. Du interessierst dich für die Pflege? Dann bist du bei uns genau richtig. Starte deine Pflegeausbildung schon mit 15. Jetzt bewerben. Gleich im Web informieren und Beratungsgespräch vereinbaren. Das ist die Pflegeausbildung.